Lipo laden. Was braucht ihr? Ein Akku, ein Ladegerät, ein Lipo-Guard. Als erstes Akku anschließen, DIN-Stecker zusammenfügen, Balancer in die davor vorgesehene Buchse einfügen. 7,4 Volt, 11,1 Volt. Lipo in den Lipo-Guard einlegen und verschließen. Lipo auswählen, Enter. Lipo, wir gehen auf Lipo Balance Charge. Die Amperes auswählen, bei 1500 1,5 Ampere, 11,4 Volt, lange draufdrücken, Gerät checkt, es ist 11,1 Volt, Enter. Lipo wird geladen. Nach ca. einer halben Stunde steht dann hier Finish, einfach beenden, Lipo abstecken, fertig. Wichtig, keine beschädigten, tief entladenen oder aufgeblähten Lipos laden, sonst kommt ihr schnell in die Danger Zone als Tom Cruise in Top Gun.